Naja, bei Nachhaltigkeit denkt man natürlich sofort an Recycling und Umweltschutz und so. Und ich denke, Nachhaltigkeit gibt es natürlich auch in verschiedenen Bereichen, in vielen Bereichen. Das kann man halt auch ganz gut im Alltag, denke ich, gut immer integrieren. Das ist eine gute Sache. Das sollte man immer überlegen bei allen Dingen, die man tut. Eigentlich denkt man an die Zukunft. An wiederverwendbare Rohstoffe zum Beispiel. Müllsorgierung. Ich denke an Jutebeutel, Bioprodukte und die Abholzung von Regenwäldern in Brasilien. An sich ist das schon wichtig, aber ich meine, ich sehe da mehr auch so die ganze Gesellschaft. Die muss man verändern. Dass ich halt wirklich nichts wegwerfe, Dinge wieder benutze, bis man sie halt nicht mehr verwenden kann. Möglichst wenig Plastiktöten, vernünftige Sachen kaufen und nicht so viel kaufen. Zum Beispiel, dass man nicht überall, also kleine Strecken immer mit dem Auto fährt, sondern auch mal das Fahrrad nimmt. Ja, indem ich möglichst wenig Energie verbrauche. Ich finde, die sollten sich überhaupt damit auseinandersetzen, dass wir nicht überall nur in den Billigländern herstellen lassen und kaufen und kaufen über versteckte Wege und was man alles so mittlerweile weiß. Und ich denke schon, dass man da sehr viel mehr Wert drauflegen sollte. Da müsste viel passieren. Zum Beispiel Fracking. Da gibt es überhaupt keine Diskussion drüber. Das ist Unsinn. Da wird viel kaputt gemacht. Das hat mit Nachhaltigkeit nichts zu tun. Ich glaube, dass man vielleicht mit dem Verkehr noch ein bisschen mehr regeln könnte. Dass zum Beispiel die Autos noch ein bisschen stärker aus den Städten heraus verbannt werden. Für die Besteuerung kann man sehr viel machen eigentlich. Das wird zum Teil gemacht, aber es müsste wahrscheinlich viel radikaler sein eigentlich, dass solche Sachen, die stark belasten, eben dann ein Zoll erhoben wird. Ich glaube, wir müssten dafür die Wirtschaft mehr regulieren, von der Politik aus gesehen. Weil gerade viele Großkonzerne wie zum Beispiel Siemens oder Mercedes beziehen ja viele Rohstoffe aus zweifelhaften Gewinden. Genau in dem Sinne. Ich sag mal, was Münster mit dem Fahrradfahren vorgemacht hat, Jahrzehnte jetzt, das ist ein Punkt. Es geht um einen Wechsel des Bewusstseins. ... ...